Ich heiße Oksana Vasileva. Ich lebe in Weißrussland. Das ist mein virtuelles Haus. Kommen wir rein. Hier ist mein Flur. Er ist hell und breit. Hier ist meine Küche. Sie ist groß und modern. Hier sind ein Herd, ein Waschbecken, ein Tisch und zwei Stühle und ein Schrank. Und dort ist eine Terrasse. Hier steht auch ein Tisch. Er ist groß und breit. Auf der Terrasse essen wir bei gutem Wetter. Und jetzt gehen wir nach oben. Das ist mein Wohnzimmer. Es ist nicht groß, aber gemütlich. Das ist mein Sofa. Es ist sehr breit und schön. Das ist mein Tisch. Er ist groß und teuer. Und das ist mein Schrank. Der Schrank ist neu und sehr originell. Hier ist mein Schlafzimmer. Es ist groß und hell. Es hat ein großes Fenster. Ich habe hier nicht viele Möbel. Einen Schrank. Ein Bett. Und einen Nachttisch. Auf dem Nachttisch stehen eine Uhr und eine alte Vase. Über dem Bett ist ein Bücherregal. Ach ja, hier ist noch ein Foto. Auf dem Foto sind meine Tochter und ich. Das ist mein Bad. Es gefällt mir sehr gut. Hier sind zwei Waschbecken und eine schöne Badewanne. Die Badewanne ist sehr groß und teuer. Hier ist auch ein Schrank. Na, wie gefällt Ihnen mein Haus? Die Badewanne ist sehr groß und teuer. Die Badewanne ist sehr groß und teuer. nachher bis zum nächsten Mal. Da. 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 Vielen Dank.